Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna Bericht aus Ich brauche immer eine sehr verbillte Menschen um den Kaffee holen zu können und ich brauche immer den Kleiderbügel und ich muss immer noch den König und ich brauche immer das Telefon von dem Yuppie-de-Yuppie bekommen Aber ich weiß einfach immer weiter Puh, 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 Puh Schaadt! Könnte ich vielleicht nicht wieder das Telefon reinhängen? ist die schon ingenieur der technik sein um das zu reparieren du musst genauer zielen okay okay du musst in alle diese option ein telefon endlich kann ich mit einem anwalt telefonieren wenn ich mich nur an die nummer erinnern könnte es ist ohnehin kaputt ich hab doch den höheren abricht aus gabel gabel wo ist die gabel wo ist die gabel der hörer fehlt was ist die gabel okay wo ist die ödner zu spät jemand hat bereits alle polster entwendet ich fürchte ich kann es nicht ich fürchte ich habe nur destruktive eigenschaften was ist mit deinem schmuseweichen fell ich schmiege jeden zu tode der mir begegnet mal sehen ob ich das ding knacken kann fehlanzahl das macht gar nicht Spaß mehr ich komme seit drei vier folgen nicht mehr weiter das macht gar nicht Spaß mehr ich komme seit drei vier folgen nicht mehr weiter amma Lieber nicht, vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar von seinem Recht Gebrauch seinen Anwalt anzurufen Lieber nicht, da ist mir wohl jemand zuvor gekommen Inspektor Konrad gelang es schließlich den Anruf zurück zu verfolgen Er kam vom Telefon Und dazu noch dieses Fum- Auch wenn es so aussieht Es ist kein Getränkeautomat Diese Pinnwand wird offensichtlich als Galerie für Kunstwerke der Innen Hey, Yuppie! Ich hab hier etwas, das dich sicher aufmuntert! Lass mich hin! Hey, Yuppie! Ich hab hier etwas, das dich Lass mich hin! Hey, Yuppie! Lass mich hin! Hey, Yuppie! Ich lass mich hin! Hey, Yuppie! Ich lass mich hin! Lass mich hin! Lass mich hin! Lass mich hin! Wie sein Team coffee Ich habe keine Münze mehr, Kaffee zu holen. Oh, das ist ein scheiß Telefonkopf. Oh, keine Münze raus. Ein Glas Wasser. Barmann, ein Drink. Aber nicht. Nichts. Der ist kaputt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Aber was machst du denn da, Ed? Ups, ich... Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Aber was machst du? Oh, wir werden... Nope. Wir fahren diese. Nein, da sind bereits genug tote Insekten drin. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass es sich darin auflöst. Davon trink. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen. Falk. Ich kann vielleicht den Becher nehmen und dann dieses... Soll ich da wieder rein... Ich habe Angst, dass ich mein... Ich habe Angst, dass ich mein... Davon trinke ich lieber... Ich habe da... Also... Er will... Das wird alles. Ich habe das wahnsinniger Handy getrennt. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es? Hallo? Aha. Für dich. Für mich? Nein, ich fürchte, dass auch um die falsche Sternen. Fahrscheine sind nicht übertragbar. Nein, ganz sicher. Wiederhören. Bitteschön. Was soll das sein? Eine Karte. Für den Wäschelift? Ähm, viel. Ist es? Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es? Sie umkreist dich das Le... Du bedienst sie ja auch nicht richtig. Lass mich mal. Oh. Naja. Sie hat ja noch fünf Beine. Sooo, sooo, wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ich will es noch ein... Sooo, Kopf. Zahl. Kopf. Ja. Ich will es noch einmal... Sooo, Kopf. Kopf. Zahl. Tja. Ich will es noch... So, Kopf. Zahl. Oh. Ich ziehe dann mal wieder vom Damm. Cheerio. Ach, Leute. Ich bin weg. Bye.